Ihr könnt nicht alles glauben, was ihr im Internet lest. Da muss man vorsichtig sein und vorselektieren. Welcome at ActiV. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist. Und dies ist mein Kanal. Im Laufe dieser Woche hat sich auf Facebook eine Diskussion ergeben. Denn jemand hatte eine ganz gute Entscheidung zitiert und daraus Schlüsse gezogen. Und da ist es halt auch so präsentiert. Was, wo, wie spielt das erstmal keine Rolle. Ich nehme das jetzt einfach mal zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass im Internet nicht alles, was ihr so seht, lest und hört, immer der Wahrheit entsprechen muss. Manchmal steckt der Teufel im Detail. Gerade bei Zusammenfassungen oder Meinungen von irgendwelchen Leuten solltet ihr euch bitte immer die Mühe machen, wenn das eurer Meinung nach für euer Verfahren wichtig ist, dass ihr nachschaut und nachlest. Die Entscheidungen ziehen ist heutzutage relativ einfach. Es sind nicht alle veröffentlicht, aber viele. Und da muss man halt ein bisschen sich Mühe geben und diesen ganzen, ja, ich sage es jetzt einfach rotz, einfach durchlesen. Man kommt dann schon Stück für Stück auf die einzelnen entsprechenden Aussagen, die für euch relevant sein könnten. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Niemand hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und bei einem Nicht-Ausgebildeten ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass er daneben liegt, als bei einem Ausgebildeten. Das heißt nicht, dass Anwälte nicht auch Entscheidungen nicht kennen oder mal falsch interpretieren. Wobei, was ist falsch? Man kann ja immer unterschiedlicher Ansicht sein. Das heißt aber jedenfalls, dass ihr immer aufpassen müsst. Und gerade heute, im Zeitalter des Internets, wo es halt anders als von vor zehn Jahren, als ich noch studiert habe, als es einfach so war, dass es nur zwei oder drei Entscheidungen in relevanter Art gab, hat man halt heute den Zugriff auf 300 Entscheidungen. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man halt auch die Mindermeinung von der Mindermeinung kennenlernt. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass es bisweilen so ist, dass viele Aspekte einfach versteckt sind in einer Vielzahl von juristischen Argumenten. Und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle einfach warnen. Das heißt nicht, dass im Internet nur Blödsinn ist. Nee, jede Entscheidung oder jeder Kommentar ist wichtig, wenn man gemeinsam dann auf die notwendigen, richtigen Entscheidungen kommt. Aber manchmal muss man halt einfach genau lesen, um die tatsächliche Entscheidungsbedeutung herauslesen zu können. Also seid einfach vorsichtig. Das war's mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr es liked oder meinen Kanal abonniert. Bis bald.